Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Unboxing-Satalks. Wie einige bemerkt haben, habe ich ja mittlerweile seit einiger Zeit etwas mal als 500 Abonnenten. Da wurde ich natürlich auch gefragt, ob ich meine Aboswäche mache. Ich habe jetzt hin und her überlegt und bin letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach euch zwei Auswahlmöglichkeiten geben werde. Das ist dann auf dem Bild bzw. in dem Video verlinkt oder alternativ in der Videobeschreibung. Ja, fangen wir mal an. Als Auswahlmöglichkeit Nummer 1 habe ich mal stellvertretend für eine Serie, die in Deutschland vier Staffeln umfasst, ein paar Specials und ein OVA. Und damit würde ich dann das, was ich mal vor einiger Zeit gemacht hatte, die Anime-Vorstellung, also wo ich komplette Serien noch zeige, wieder aufleben lassen. Auswahlmöglichkeit Nummer 2. Ich mache ein Q&A, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Ich beantworte diese natürlich. Jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, rechts oder links Fragen oder auspacken. Die Links führen zu einem weiteren Video, wo ihr dann die Möglichkeit habt, hier zum Beispiel eure Fragen drunter zu schreiben. Bitte nicht unter dieses Video schreiben. Oder dann halt hier. Je nachdem, welches Video dann mehr Likes hat. Die Videos werden nicht gelistet sein. Das heißt, ihr kommt nur über diesen Link dahin. Je nachdem, was mehr Likes hat, werde ich dann machen. Ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen, fürs kräftige Voten, für eure Treue, für, ja, was ihr sonst so wollt. Und dann bis zum nächsten Mal.